Willkommen zur ersten Folge von Titanfall Tipps und Tricks. Heute sehen wir uns das Generationssystem in Titanfall näher an. Statt eines Prestige-Levels, wie es Call of Duty Spieler kennen, gibt es in Titanfall ein sogenanntes Generationslevel. Beide Systeme edeln sich, doch Titanfall macht ein paar Dinge anders. In diesem Video lernt ihr alles, was ihr über das Generationssystem wissen müsst. Das Maximallevel in Titanfall ist 50. Habt ihr dieses erreicht, erscheint der Punkt Generieren im Menü. Solltet ihr euch dazu entscheiden, wird euer Level auf 1 zurückgesetzt und alle Challenges und Unlockables werden zurückgesetzt. Ihr dürft aber eure Burncarts und eure freigeschalteten Titans aus der Kampagne behalten. Und ihr erhaltet ein Generationssymbol, das links neben eurem Namen angezeigt wird. Als Bonus erhaltet ihr fortan 110% Erfahrungspunkte statt bisher 100%. Auf Generation 3 erhaltet ihr 120%. Ab Generation 5 macht das System aber größere Sprünge und ihr erhaltet 150% EP. Befindet ihr euch schließlich in Generation 10, gibt es sogar satte 350% Bonus-EP. Generation 10 Level 50 ist im Übrigen das maximal erreichbare Level in Titanfall. Die komplette Liste findet ihr sowie weitere Infos und Quellenangaben in der Videobeschreibung. Das Level geht also schon mal viel schneller als in Call of Duty und Generation 10 wäre schneller reich, gäbe es dann nicht die Regenerationsherausforderungen. Geht hierzu auf den Punkt Herausforderungen und dann auf Regenerationsherausforderungen. Alle hier gelisteten Aufgaben müssen erfüllt werden, um wieder regenerieren zu können. Die Aufgaben reichen von einfachen Challenges wie 200 Gegner mit der R101 zu töten bis hin zu langwierigeren Aufgaben wie 50 aussteigende Piloten zu eliminieren. Vergesst sich, dass ihr mit Drücken von Y auf der Xbox One alle Aufgaben angezeigt bekommt. Ein nützliches Tool, um zu sehen, was noch vor euch liegt. Eine vollständige Liste der Challenges findet ihr auch in der Videobeschreibung. Die aktuellen Challenges könnt ihr immer ab Level 4 einsehen. Das war bereits die erste Folge von Titanfall Tipps und Tricks. Gibt es Herausforderungen, bei denen ihr nicht weiterkommt oder ihr Hilfe benötigt, schreibt mir diese in die Kommentare. Solltet ihr von dem gleichen Problem betroffen sein wie ein anderer Abonnent, gebt dem entsprechenden Kommentar einen Daumen nach oben. Sollte es genug Fragen geben, werde ich diese in einer der künftigen Episoden abhandeln. Mein erklärtes Ziel ist es, die Nummer 1 Titanfall Tipps und Tricks Quelle im deutschsprachigen Raum zu werden. Also lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und einen Daumen nach oben solltet ihr meine Arbeit so schätzen wissen. Titanfall Tipps und Tricks erscheint jede Woche am Donnerstag um 18 Uhr. In der nächsten Episode gibt es einen Klassenguide, in dem ich meine Lieblingspiloten-Loadouts vorstelle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017